So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe hier gerade Geistes gegen Geld noch weitergemacht. Ich habe jetzt einsatz gemacht, ich habe jetzt mit der Branch einen Kreislauf gebildet. Weil der geht jetzt zu dem. Der geht jetzt zu dem. Der geht jetzt nach hinten zu dem blauen. Der geht nach da. Sollte er. Jetzt habe ich den hier noch dran gestellt und jetzt gehe ich weiter im Tutorial. Zunächst, der klingt doch gut. Ja. Jetzt brauche ich noch zwei mehr Sequenzer. Okay. Gut, mache ich. Versuche ich mir nochmal Sequenzer. Wirklich, dass das Ding so gut ist. Sonst drehe ich echt am Rad. Sequenzer. Was ist das hier mit ganzem Stack? Blas. Ne? Kann sein, dass ich gleich sowieso wieder da bin, weil ich wieder irgendwas vergessen habe. Ah, war das Ding wieder. Hallo. Da ist der das an die Seite herangepackt halt. So und so. It makes the bot this pattern. Das und das. Und dann. Once two. Once two. So, so. Okay. Now it's time for fail timer in case of pull break. Place one endermonitor and a timer set to suit. Tattoo 30. Ach du Scheiße. Okay. Wo hat er das jetzt hingesetzt? Es ist gut, dass wir jetzt den genommen haben. Da war das. Und hier hin hat er das Ding gesetzt. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Das dürfte ja erstmal reichen. Pöff. High bollum grinder Tor uhn timer. Triff ja auch hin. Im. Achso. Nimm dich. von der klug ich geb gott und dafür alles folgen mit in die künft da Die Folge, die letzten zwei Folgen nenne ich auf jeden Fall Tutorial-How-To-Stell-Den-Scheiß-Auf. Ich werde glaube ich nur die ganzen 20 Minuten hier vom Crafting-Tail bestehen. Set-Timer zu 30. 30. Hab ich. Befeiert. Schön hab ich. No place, regrets and dust or other cables you like. And I migrate my depot. So, jetzt muss ich nur mal schnell Plan herstellen. Bin ich jetzt irgendwie doof? Danke. Da war ich verblöd. Okay. So. Zack. 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 Oh mein Redstone. Sag mal. Er braucht noch mehr Redstone. Yolo. Ey, das sehen sich für den Generator echt scheiße aus. Ich guck. Spann, ob dein Nachhinein gut aussieht oder blöd. Das kann ich nicht sagen. Was? Aber du kannst du jetzt meinen Antwort Jolo. Digga. 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 Vicky. 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 So. Ähm. Was wollte ich denn? Really low cost. Okay. Und wo hole ich die Power dann raus? родst du? Ja. the earth. Und im Tod. my grave might Pott. and as are all my shit. 15. 33. 34. 39. 36. 30. 37. 35. 39. 39. 41. 41. 42. 42. noch mal kurz ich sprach noch mal kurz eisen ich wollte das nur herstellen der funktioniert ja ich vergaß die stoffen der scheiße muss ich geht dann mal im strahlkotzen wieder mal im strahlkotzen ja danke gut zumindest kotzt du mit mir im strahl kann ich die baufläche mit benutzen groß genug was ist das hier generator also die vier teile da das ist ein generator was macht er jetzt außer strom zu erzeugen dabei das ist mir klar erzeugt nur strom und sieht gut aus und mengen davon kann ich das nicht auch für mich benutzen das ist das ist jetzt am platz das ist das andere überlegen ob ich mir nicht einfach hier big reaktoren stellen und fällig verzeiht mir wenn ihr ich jetzt hier irgendwelche scheiße verbreitet weil ich habe noch nie mit in das verkraft gearbeitet deswegen und zwar verfolgt jetzt brauche ich schön jetzt habe ich den scheiß zumindest fertig so hier kann ich jetzt natürlich koks reinlegen damit er strom erzeugt jedes ding braucht strom du kannst die kabel bauen ich habe hier ins insolated team kabel genau die brauchst du damit kannst du sie alle verbinden und dann ist der strom habe ich eigentlich eventuell die möglichkeit die strom umzukonvertieren in der mieter der tor welcher eingang ist egal das macht nur nachher bei den bettboxen und alles sind in den strom lagermöglichkeiten ok da kannst du mir da kannst du mir gut dann jetzt geschrieben keine ahnung also jetzt und zwar folgendes haben wir da oben eine strom produktion dafür brauchen wir aber noch die rf kabel ja auch scheiß doch der und drauf haben wir irgendwann kurz ja im braut da unter der denn ich funktioniert weil der folge das ist kohle kein koks das muss ich jetzt erst wieder da muss erst wieder koks generiert werden also nicht mal wegen der strom erzeugung ach so du kannst auch kohle mit dem kein problem die ist hinten an den steamboiler dran charco ne ja auch kannst du auch holzkohle mit dem ja wenn dann schon bin ich qualitativ qualitativ die nehmen sich nächstes haben die gleiche brennt wenn du mich gut qualitativ qualitativ ich habe ich fühle gut die külp die külp die külp die külp lustig überbindete jetzt wieder jetzt haben wir es hat wieder angestoßen schreis na toll ach gott da kommen jetzt wieder 316 Leute aus den löchern gekrochen was geht aber gar nicht weißt du ey pass auf dass du dich nicht an deiner scheißbucke erstickst jungen ey lass deine scheiß voll erzählen richten alter wenn du kein geld bezahlen hast komm her ich mach es umsonst du kannst gerne noch einen aschmark haben könntest du mal bitte fackeln weil das ist dunkel hier auf der platz ja na klar tonkel ne aber noch besser als fackeln was denn was weg fackeln klaus doch chloe jetzt grad scheiße glaubst blöde aussieht irgendwie hab ich das für dass ich die falschen gebaut habe oder warte ich guck gleich weil da steht generator der erzeugt der strom bekanntlich ja fällt dir auch ja er hat doch strom wie viele generatoren hast du dir gebaut 13 der hätte auch einer gereicht ich kenne mich nicht damit aus ich krieg kaputt ich hab mich so gewundert warum sie lang für ein generator brauche ich hab 13 gleich gebaut und ich wundere mich so gut dann kann ich gleich mal helfen wenn er dann so und so ist ne weil wenn das nicht hinbekommen die nicht da so im Moment mal was wie viele teile 30 30 30 jahre schmier o much weil ich weiß jetzt auch alles nicht aus dem kopf ich dachte du wüsstest das leider gottes nicht das tut mir leid okay wie geht wie geht das hier jetzt brauche ich nicht was ich brauche ist ein wie stehe ich den carbon ja gute frage nächste frage next cool kohl powder ja geht auch und daraus wird carbon und aus den carbon können wir in den kompressor er macht schritt für schritt was mit das jetzt hingelegt die schwarzer haufen kleiner schwarzer haufen da muss liegen ich kurz ach da oben oben liegen auch kein die ganzen holzkacke die wir hier noch drin liegen haben vom e kassner in den ganzen ganzen um die pettern scheiße und dann in den kompressor so nicht acht kamen mit das ist ein langer weg bis dahin wir sind das kohle klein gewechselt habe hinten im pulverreiter stehen das mc wert die kohle ja die hat mc wert ja aber ich so konnte mal mal den pulverreiter stehen zwischen dem ganzen gemüse ach da ja man erkennt die geräte nicht immer sofort alles gut ich habe ja noch stahl habe hier habe ich darum ja mal jetzt mal bitte pulver es geht dafür mein eben jetzt habe ich was brauche ich jetzt reaktor casing bräuch noch reisen die lorium die lorium das es ist teuer für eine reaktor-controller brauche ich die Lone und Redstone Diamant für ja man ein paar mehr mit dann dürfte ich den einen schon herstellen können kann ich nicht herstellen so ja React das ist eh so ich brauche den Reaktor-Control-Rod den kann ich auch herstellen der ist doch kaputt oh stimmt ja Reaktor-Power-Tap richtig eine Energy-Kristaller Diamant-Step und Redstone Reaktor-Axis-Port da brauche ich noch Piston Piston jetzt habe ich einen Pistill jetzt habe ich einen Pistill jetzt kann ich einen Pistill jetzt bin ich dann bin ich Reiner, 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 so, add big, danke, ich brauche dieses, ich brauche 2 Reactor Power Tags, ich brauche 1, 2, 3, 5, bei Access Points, und natürlich was ich vergessen habe, ist das, das ist ja kein Problem, hey, oh, ab an, fröhlicher Reaktor bauen, habe ich irgendwo vergessen, oh, direkt falsch rum, nee, halt schon, warte mal kurz, so, 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 you know, so, äh 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 hey du ja was denn du stinkst was nein glaub ich ja jetzt mal gar nicht ich will noch nicht gehen ich will noch ein bisschen abrotzen kommt was ich will noch ein bisschen kommentarste nähert sich wieder dem unter alle alle sauf was los hast du weißt du das kann ich gar nicht doch gestern abend du fette so hat er eiskalt mit sich gesagt beim gesicht weiß ja ich meine natürlich über ins gesicht per videotelefon nein definitiv nein mittlerweile nicht nein alter guck mal ja du hast erfolgreich komplett geschätzt aber ich habe keinen keul mehr ja ich weiß was du meinst ich habe ich habe keine probleme mit ja ich hole mir auch denke ich mal ein es ist ja einfach eine methode jetzt mal ganz ehrlich wenn du dir die keuls kaufen musst das geht irgendwann auch dick aufs portemonnaie ja ja also man selbst ist das gut du 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 ein endeing bis hier ooooh muß ich da jetzt wirklich jedes mal dran sein um diesen scheiß kristall rauszuholen es weiß ich nicht er kann ein Ding anbender der Technik dass dann auch einmal um und leert ich habe noch 59 Prozent war Prozent sie hat das System ganz einfach um um die 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 immer vertausche ich die Tasten, man dachte, kann doch mal hier. Einmal mit Profisarbeiten. So. Was mit dem Profi liegt in deiner, in deiner, halt nicht in meiner. Alter, willst du jetzt sagen, dass ich, ne? Ja, klar, ne? Schlappt das? Nein, natürlich nicht. Würde ich natürlich noch so schlau gewesen sein, würde ich in den Reaktor reinkommen. Du brauchst doch nicht gerade einen offenen Atomreaktor. Äh, äh, okay, danke, reicht. Nur ein bisschen, nicht viel. Okay, ich hab Angst. War nur ein klein. Äh, 5,5 Brennstäbe ist, ist noch normaler Barstauf. Ach, das ist, das ist ja noch ein, packt nochmal 5 oder 10. Nein. Ich könnte ihn so groß bauen, dass ich da 5, äh, 5 Großteile rein kriege. Das willst du nicht, glaub mir. Ähm, hier, äh, du, meine kleine, meine, kleine doofe Frage. Ich will das, wo bist du? Ach so, guck mal, 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 guck mal. Ich hab mich kurz zu Ende bringen, dann bin ich, äh, bei dir. ... Das war ein wenig, vielleicht kam... Waren nur keine Verträgen. Ja, und... die Kraft... Gottes... Gottes. Mmmh, Gottes... Gottes, Gottes Lästerung, du Zeugenjiro. hier war es das sind die europäische europäische Arbeit ich mich auch wenn jetzt bitten aus meiner reaktor hinaus zu gehen danke mich auch eigentlich auch ob kann ich mich eigentlich an deinen atomreaktor anschließen Prozent die einschließen lassen ja da würde er aber trotzdem nicht funktionieren wie denn einschließen ich wollte sagen dass ich meine genere meine sachen dein atomreaktor so das geht doch gar nicht das müssen wir auch mal testen das weiß nämlich auch nicht mein letztes mt rauskauen hier aber trotzdem alles in der nächsten folge wie ich einfach in luft auf ja ja tschüss Ja, ciao!